Ich fliege runter zum Chef, Chefkoch. Oh, wieder an der Bergkante wieder hier. Ich komme auch nicht gut rein, Alter. Es war ein schlechter Anflug. Oh, da kommen Birnen. Ja. Auch vor mir schon, Birnen. Ich bin ja raus, komm. Nein, sie kommen, sie sind da, sie bringen mich um. Sie bringen mich, ich habe mich umgebracht, Alter. Hinter dir noch einer. Hinter dir. Das dumme Arschloch. Ich dachte, du bist das. Was war das, Alter? Was waren das für Experimente? Ja, ich wollte mehr in den Bunkern. Alter. Du bist weiter. Nie was Beschisseneres gesehen. Betanken. Und raus. Na raus, raus, raus jetzt. Oh, da gleiten sie schon in die Ersten. Wie viele vor allen Dingen. Alles Birnen. Ja, klar. Die haben bloß mehr Glück, die haben mit der Waffe super. So sieht es aus. Oh, nee, mir macht einer schon Mucke. Da meins ernst. Hm. Oh, der Idiot ist schon wieder hinter mir. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Alter, da zerwichst die ganze Bude. Ja. Alter, weg da. Ist das ein Vollstopfer. Ich habe eine Schneemando dran. Ich auch. Ich auch. Der Schneemann ist... Alter, der Schneemann liegt... Der steht bei mir vor dem Schneemann hier. Hier, der steht hinter mir. Ich bin der Schneemann übrigens. Ey, der blöde Hund. Na klar, ich rutsche hier runter. Oh, ich bin schon halb tot, Alter. Der Schneemann ist hier bei mir. Der reiner ist mein... Nein! Ach Mann, Alter! Warte, bis die Arschlächer weg sind. Ey, Hammer, ist das jetzt wenigstens das gewesen? Keine Ahnung. Ich denke mal. Guck mal, sind das Schneemanns, die wir dort haben? Heißen die so? Das sind bestimmt die Dinger. Na, guck doch mal drauf. Ja. Mhm. Hat das gezählt? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich habe zweimal in so einem Ding gesteckt. Naja, das müsst ihr eigentlich... So, das kann ich hier auch, ja. Ich muss den Matze holen. Ja. Man, diese Hurensöhne. Da oben hast du noch schön zwei leckere Kisten. Warte auch noch mit... Brauchst nicht gleich zum direkt hin. Nimm die Pantage und verblüttet dich mal. Der Matze, man hat ja glorreich totgeschlagen. Die Pistole, die geht eigentlich gut. Ja, ich habe vorhin tot gehackt. Exakt. Mit seinen eigenen Waffen. Blöder Hund. Danke. Oh, geil. Ich kann mich noch mit spielen. Schaut ihr hier eine Waffe? Oder wohl, hier liegen ja Waffen, wo sie sich in den Hauen. Wo bin ich denn? Da schaut ihr in den Hauen, ja. Wo bin ich denn? Ach, hier. Achso. Hier. Okay. Danke. Erstmal schießen kannst, falls was kommt. Ich gucke noch mal rein, ob ich was finde. Ja, ja. Hier soll ja noch alles voll liegen. Ah, hier sind wir die Assgeier. Was? Schneemando? Schneemando haben wir auch nicht mehr, oder? Aber ich glaube, das muss gezählt haben. Ich denke schon. Da Idiot mich durch die Bude gescheucht hat. Was habe ich denn? Was ist denn das? Ach, das gehört so eine Ente, oder so was? Wie, wie, wie? So ein Spielzeugende. Hast du schon ein Sturmgewehr? Ja. Gut. Wollen wir ins Dorf? Ja. Komm mal. Ja. Was ist denn das jetzt? Ich habe eine neue Markierung auf der Karte. Was soll denn das sein? Das ist das Ding, wo wir waren. Nee. Guck doch mal auf die Karte bei Hesel-Higzeit. Was müssen wir denn da machen? Ach, wir müssen Hesel-Higzeit besuchen. Das ist eine Quest. Ja, eben. Ich will schon sagen. Weil das sah aus wie die... Oh, hier wird geschossen. Ach, hier am See wieder. Wie immer. Die Birnen. Na los, mach mal mit. Mach mal mit. Oh, du hast... Oh, ey. An dem Feuer kann man sich heilen. Ach so. Na eben. Das ist geil. Aber es steigt kein Schild. Wann gibt es denn in diesem Drecksladen nichts? Irgendwie nicht, dass das Ding los. Und jetzt sonst mäßig ist es immer Mau hier. Irgendwie. Rot und heiß und... Jetzt fliegt ja die Drohne mir zum Schuhra vor der Nase rum. Vorher hast du sie gesucht. Hm. Jetzt schwebt die hier. Fährst du mit dem Auto? Ja. Okay. Okay. Ich bin hier noch einer. Warte, ich komme. Wo hast du ihn? Hier. Das war das Arschloch, was mich vorhin niedergeschossen hat. Ja. Das ist ja ein netten Kind, Alter. Alter. Schöne fertig gemacht. Ein Altsstoffhandel. Ja. Ich muss den Blut noch tot machen. Eber jetzt. Nee. Bei mir steht, verwende eine Tarnung. Ich habe zweimal diese scheiß Tarnung genutzt. Fase, vier von vier steht bei mir. Nee, Fase, was steht bei mir? Zwei von vier. Was ist denn das für ein Rotz, Alter? Keine Ahnung. Ich habe es doch gemacht, Junge. Oh, ist das ein Rotz. Oder du darfst, du bist ja nicht geschoben, dort eben. Nee, doch, ich bin vorweg. Aber ich habe erst einen Schneemann. Ich bin nicht gebunden gegangen bloß. Nee, du hast mich ja wiederbelebt. Aber das ist doch wurscht. Das steht doch nicht da. Da müsste er heißen. Da können sie ja auch gleich sein. Und komme als Gewinner raus, weil du stirbst ja. Es gibt nur ein oder zwei Gewinner. Dass du es erst abschließen musst und dann kannst du sterben. Da war ich ja. Ich habe mich versteckt als Schneemann. Dann habe ich irgendwie nichts gesehen. Dann bin ich nochmal zu dir gekommen. Habe mich nochmal neben dich gestellt als Schneemann. Dann hat er uns auseinander gedroschen. Dann haben mich euch welche Arschlöcher kalt gemacht. Ja, danach ist er aber erst geflogen an mir. Ja, aber ist ja egal. Danke, Busbumser. Lass uns raus. Ich kann schon wieder nicht raus hier. Aus jetzt. Wie viele die rausgeflogen sind? Alter. Wie schnell die unten sind, weil die... Da ist aber immer sauber noch. Nee. Gibt es Platzflug. Ich fliege jetzt woanders hin. Ich fliege jetzt auf diesen scheiß Berg und hole mir erst mal wieder Waffen. Da in die Hütte direkt rein ist wieder mein Todesurteil. Naja, ich weiß. Meins auch, aber... Achso, wir haben ja nicht geguckt, ob es... Aber wenn es da stand, dass es gezählt hat, wird es gezählt haben. Ja. Ey, ich habe langsam die Faxen dicke von dieser scheiß Aufgabe. Ja, ich habe schon mal schon den Band wo. Das ist gut. Dann lasse ich die Toten erst mal alle weg dort. Einen habe ich erst mal niedergemacht. Ach, du bist doch dort alleine. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Naja, gut, wenn sie dich erschießen, hole ich dich wieder. Die Bärs sind gerade gegen Weihnachtsmann. Okay. Das sind wir machen. Warte, ich komme gleich gefliegt. Nochmal Schneemann, du. Wir sind alle Toten, wo der Weihnachtsmann lebt. Okay. Ja. Ich komme, blei. Der jagt mich. Lauf rum, um den... Lauf rum. Weißt du? Ich weiß nicht, ob er leben muss. Weißt du? Nein, ich muss doch noch Platz hier rennen im Schneemann, du Kostüm. Wie oft noch? Schlag den mal nicht tot. Nicht, dass das da nicht zählt. Du standest vorhin hier, Alter. Ich kann ja mal mit die Türkei noch. Da kommt der Klobber alleine. Es zählt nichts bei mir. Bleib dort, bleib dort, bleib dort. Ne, es zählt nichts. Das stand ja vor uns bei mir auch. Ja. Das hat gereicht. Neben irgendwelchen Geschenken muss ich stehen. Ich weiß es nicht, Alter. Ey, was muss ich denn hier noch machen? Was muss man zum Fick hier noch machen? Du standst doch auch da draußen. Muss ich hier durch die Bude latschen oder was? Alter, ich krieg hier die Kotze, Junge. Wer lebt noch? Alles wunderbar. Das zählt einfach nicht. Kann ich ja eigentlich die Türen ab und zu machen. Es kommt bei mir irgendwie nichts. Wo hat denn da hier seine Geschenke? Was da ist? Da stand doch irgendwas. In der Nähe von irgendwelchen Geschenken. Aber du standst vorhin auch dort. Ja. Das war genau so. Ja. Ey, ich drehe hier gleich durch, Alter, mit dieser scheiß Aufgabe. Die wollen mich doch verarschen, diese Idioten. Oder muss man ja fünf Minuten blöde rumstehen oder was? Ja, ich hab' ich auch mal zu uns gemacht. Ich hab' das Wort immer kurz. Und so, ich hab' das Wort. Und so, ich hab' die Dinge rein. Ey, jetzt hat's... Ach so. Jetzt steht das... Ey, ist das dumm, Alter. Ja, aber warum, ne? Ja, verstehe ich auch nicht. Oh. Du hast es aber auch so ein Ding geworfen. Naja, klar. Aber so, dass ich gleich drin stand. Was macht denn das für einen Unterschied, Alter? Das ist doch Schwachsinn. Keine Ahnung. Ob ich das werfe und dann reingehe oder ob ich gleich drin stehe in dem Ding. Das ist doch... Gehuppe gesprungen. Ich habe doch die Tarnung angehabt. Oh, ist das blöd, Alter. Oh, ich... Oh, die Zone. Scheiße. Komm, schnell hier draußen. Komm. Komm schnell, ich habe es geschafft. Geil. Oh, nur gut, dass du das nochmal versucht hast. Ich wäre nicht drauf gekommen. Also da war ich beim besten Willen jetzt nicht mehr drauf gekommen. Ich habe die Waffe leer gelettert und dann bin ich in ihn rein. Aha. Vor uns geballert. Mhm. Jetzt gehen wir heldenhaft drauf, aber wir haben die Quest. Jawoll. Ich liege. Er auch. Geil. Ich auch. Du auch. Geil. Aber Schneemando geschafft. Musik 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 D Musik und Musik 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 Vielen Dank.